guten morgen und aloha hier ist frank der entspannende und manuela und ich sind auf einem sunrise hike und sind jetzt auf dem petersberg bei gaodenheim in rhein hessen und haben vor kurzem erst mal bei sonnenaufgang gefrühstückt haben brotzeit mit kaffee gehabt und ja jetzt werden wir uns weiter bewegen auf unserer kleinen wanderung so etwa neun kilometer und wir schauen auch jetzt gleich mal ob die wild tulpen auf dem lieberg denn blühen